Ja, ich fühle mich da fast als Schlossherr in einem schönen Zoll vom Wintersoll Schloss Tirol. Ich bin da gerade vorbereitet, jede Menge Weihnachtsgeschichten, die es hier gibt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass heute die Leute auch nicht nur besinnlich, sondern ein bisschen schmunzeln da auch. Sie gehen, das war unsere Botschaft. Und ich freue mich auf eine wunderschöne Straditual Musikfest aufgespielt im Advent. Ich muss mal dazu hören, wie er Geschichten erzählen. Von Whisky, das Herflied, von Wimmer oder Aufwärm. Musik 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 Musik